Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder eine kleine Server Vorstellung und zwar gehen wir auf den Server Mixelpixel. Ich war auf dem Server noch nie drauf. Das wird man jetzt auch sehen. Schöne Lobby. Merkwürdiger Skin. Ja wir gucken einfach mal was der Server zu bieten hat würde ich sagen. Einiges weiß ich schon. Es ist ein City Build Server mit zwei anderen Spielmodis namens Waste and Wars und Knockback FFA. Alles weitere dazu könnt ihr auf der Internetseite lesen. Ich werde euch die im Video in der Videobeschreibung unten verlinken. Und ja jetzt ist die Frage wo gehen wir drauf. Hier steht dieses Knockback FFA. Waste and Wars. Adventszeit. Klar Weihnachten ist momentan. City Build Winter Event jetzt live. So wir gucken mal. Navigator. Lobbyauswahl. Spaß Item. Hä? Okay. Freund und Sichtbarkeit. Zeige niemanden. Zeige alle Spieler. Zeige nur deine Freunde. Zeige Freunde, YouTuber und Teamler. Ja das lassen wir einfach mal alles auf Standard. Denn ja ich will ja gesehen werden. City Build. City Build Flora, Aqua, Vulkan, Donner. Ich würde sagen wir gehen mal auf den Donner Server. So was haben wir denn? Unbreaking 2 Eisen Klinge. Eisen Hacke. Eisen Schlachter. Ja ne Axt. Okay. Und ne blaue Leder Rüstung. Ähm. Ui. Gratis Essen. Da gehen wir doch glatt mal hin. Jetzt will ich das Essen haben. Oh ich hasse ja Eis in Minecraft. Okay es gibt Deko Köpfe. Da scheint es wohl in die Farmwelt zu gehen. Schlachter, Monster Jäger, Holz. Ach das sind die Berufe so wie es aussieht. Und ganz viele Grundstücke wo nichts ist. Man sieht es auch rechts. Es gibt ein Währungssystem. Oh. Puh. Ja. Ich würde gerne mal anfangen. Jetzt irgendwie hier. Wir wollen uns den Server ja nur angucken. Ne. Ähm. Buh. 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 Geh mal hin. Grundstück erstellen. Tägliche Belohnung. Du kannst jeden Tag für ein Login eine Belohnung. Ui. Was ist das denn? Das sieht geil aus. Crates öffnen. Okay. Das ist wohl auch wieder ein kleiner Bonus. Ähm. Jetzt neue Grundstücke verbinden. Ähm. Verdiene Geld mit Jobs. Also ein Jobsystem gibt es auch. Dein eigenes Grundstück. So. Ähm. Adventskalender. Da ist irgend so ein Spieler. Keine Ahnung. Ähm. Kids. Cooldown. Beginnerschlüssel. Okay. Beginnerschlüssel. Hotkey eingelöst. Beginner Crate. Öffne dein Crate mit. Wir machen das einfach mal. Da haben wir ihn. Äh. Hallo. Wow. 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 32 Movestone. Ist aber eine interessante Idee. Was die hier gerade mir gezeigt haben. Also. Und hier genauso. Es ist. Ja. Das gefällt mir auf jeden Fall. So. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt Gold und Stein. Wir können loslegen. Ähm. Was? Hier liegen all die Items. Die andere Spieler nicht mehr brauchen. Wow. Die ziehen wir mal aus. Ähm. Wie komme ich jetzt eigentlich in die Lobby zurück. Ähm. Das scheint hier nicht zu stehen. Ähm. Da versuchen wir das mal so. Ah. Okay. Wir gucken mal weiter. Wir gehen mal City with Flora. Hier ist auch alles weiß. Ähm. Da steht überall die gleiche. Also austricksen kann man sie nicht. Schade. 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 Ähm. Was ist mit dir? Hier. Ein Vote System gibt es auch. Okay. So. Ich bin noch nicht dahinter gekommen. Wie das mit den Jobs funktioniert. Holzfäller. Monsterjäger. Schlachter. Meiner. Zu der Jobübersicht. Meiner. Information. Ja. Ich würde dich gerne haben. Hier. Ja. No. Interessant. Man kann sich hier wohl gar keinen Job aussuchen. Ja. No. Interessant. Man kann sich hier wohl gar keinen Job aussuchen. Ja. Ja. Hi. Ich würde gerne hier Dings werden. Minenarbeiter. Hier findest du genaue Infos. Blablabla. Neather Quartz. Okay. Das zählt hier auch mit rein. Das ist interessant. Äh. Hallo. Jobs. Okay. Ähm. Ja. Wie soll ich sagen. Der einzige Nachteil ist, es wird nicht erklärt, wie man zu den Jobs dazu kommt. Anleitung zum eigenen Shop. Öffne dein Aktionshaus. Nein. Verdiene Geld mit Jobs. Okay. Jobs. Monsterjäger. Nein. Schlachter. Nein. Holzfäller. Nein. Farmer. Nein. Ich möchte in die Mine. Moment mal. Ähm. Wie kommt man eigentlich in die Farmwelt? Das würde mich jetzt mal interessieren. Das ist hier irgendwie auch nicht berücksichtigt, dass man als Anfänger irgendeine Info bekommt. Außer solche Bilder an der Wand. Wow. Äh. Ja. Auktionen. Money. Usershop. Wir versuchen mal das. Farmwelt. Ne. Okay. Wir gehen mal in die Farmwelt. Yo. Willst du mich offen bauen? Willst du mich verarschen? Ne? 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 Erstmal für ein bisschen essen sorgen, obwohl ich noch was habe. Bleib stehen. Ursula. Da unten hat ja irgendjemand was gekriegt. Hi Schwein. Oh. interessant anscheinend habe ich da unten steht was schlachter 7,5 noch irgendwas 7,29 anscheinend kriege ich gerade geld dafür dass ich tiere töte das ist mal interessant dann wollen wir das doch jetzt mal mit steine farben austesten gehts hier irgendwo unter tage ok rechts bei meinen münzen sehe ich gerade es hat sich definitiv was verändert da oben war kohle da will ich jetzt mal hin ok das geld ändert sich auch wenn ich stein abbaue leider nicht schade das sollten sie hier vielleicht noch mal berücksichtigen dass wenn man als minenarbeiter farben ist und für die steine eventuell auch einen kleinen prozentsatz an geld bekommt wie es auf einem anderen server ist auf dem ich aktiv spiele da kriegt man zwar kein geld aber man kriegt xp für steine abbauen level so automatisch ja sein beruf und die steine kann man dann wiederum verkaufen und die bringen halt nicht allzu viel aber ja wenn man davon stackweise im inventar kann man auch davon leben dass man hier jeden beruf ausüben kann ist auch wieder scheiße klar im real life kann man es machen hier ja ok bei minecraft ok es ist übertrieben dass man für alles hier geld kriegt so ein richtiges job system wäre ich suche mir einen job aus und kriege nur dafür dann eben die xp was ich auch von dem job erfahre weil ein landwirt kann nicht in die mine gehen und kohle abbauen ein holzfäller kann nicht einfach zu einem bauern gehen und den seinen beruf übernehmen das geht so einfach nicht also wäre es wirklich angebracht wenn man sagt hier ja ein job system einfügen man entscheidet sich für einen beruf und dann kann man in dem leveln man kann allerdings auch den beruf wechseln verliert dann zum beispiel wenn man jetzt minenarbeiter ist oder holzfäller wechseln die vorteile des arbeiters und ja das geld zwar nicht aber man fängt dann wieder bei null an wenn man das so wechseln sollte tun würde wie auch immer so farmwelt technisch ich bin nämlich komplett vom thema abgeschweift ja man sieht's winter event farmwelt technisch man wird an einen zufälligen ort teleportiert damit man auch die möglichkeit hat zu farmen halt holz, erze und 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 wir gucken uns jetzt einfach mal hier um denn wenn ich jetzt hier oben guck das sieht mir schon so aus als ob hier übelst hardcore abgefragt wurde oder ist das standard random generiert ich glaube das sogar random ok ja level 2 meiner level 2 schlachter ja ähm ich muss aber leider gottes zur lobby zurück äh lobby so denn ich weiß noch nicht wie man ja ne oh schön das will ich jetzt ich will mein türchen öffnen heute ist der vierte für euch ja bin ich ehrlich keine ahnung welcher ist und was gab's antifallkarotten ok warum auch immer ähm wie komme ich denn jetzt zurück äh klicke hier um es zu holen ok ok wir haben ein startgrundstück bekommen interessant 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 ähm da will ich doch jetzt mal was gucken add set home home ok es geht also nur so man darf nur einen home punkt haben das ist natürlich scheiße um ehrlich zu sein also ja ähm ja anfängergrundstück ist groß genug kann ich mich nicht beschweren so dann wir gucken uns jetzt noch ähm western wars an winter events city build western wars knockback hier western wars verbrecher sheriff kopfgeldjäger und jetzt hier hier kannst du deine wertvollen items ja was auch immer ähm da ist ein sheriff ok es gibt nur zwei sheriffs und zwei kopfgeldjäger interessant ja es sieht schön aus was gebaut wurde da kann ich mich nicht beschweren meine bar ist du willst sie weg dann komm raus ja ok äh 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 ok also hier bei western wars heißt es wohl leute einfangen als kopfgeldjäger und sheriff musst du die verbrecher fangen so knockback ähm ist zwar keiner online wir gucken es uns trotzdem mal an äh äh hallo ich hätte den gerne keine ahnung was der von mir will wir gucken sowieso nur mal ganz kurz ähm die map wird in drei minuten weg was das das ist ein bisschen hart gerade ähm ich mag sowas überhaupt ich verschwinde einfach mal ähm ja ich bin ehrlich keine ahnung was hier äh was ich machen muss kommt der wieder ich hoffe nicht was willst du da unten jetzt lass mich doch mal ah interessant ich muss ehrlich sein ich habe das noch nie gespielt wow ja man sieht es ich habe es noch nie gespielt ähm für den test ok aber dauerhaft würde ich es nicht spielen wollen city build äh da waren wir schon da waren wir da waren wir ähm so die version von minecraft ist von der 1.13.2 bis zur 1.16.2 dauer dauer verfügbar was ist das ok interessant was manche menschen hier mit sich führen äh äh ich äh moment ja so wir werden uns jetzt noch ein bisschen die lobby anschauen gucken gucken ob es hier noch irgendwas gibt was ich sagen kann rechtsklick parkour ok also mit den ähm ja ich wie soll ich sagen ammo stats ist das recht interessant gemacht allerdings gibt es ähm map build bei hero pixel ähm allerdings gibt es ja ein npc plug-in wo man mit den npcs interaktieren kann auch richtige gespräche führen kann das wäre ja hier eigentlich wirklich gut praktisch von vorteil wie auch immer ähm ja genau wer soll das darstellen bitteschön soll das zeus darstellen entschuldigung wenn ich mich grad ablenken lasse aber es sieht wirklich aus wie zeus die gelben dinger dort sollen bestimmt die blitze darstellen hätte man besser bauen können hier kann ich doch sicher ein paar blumen mitnehmen ich nicht ähm ja im groben und ganzen ähm wenn man einmal hinter alles gekommen ist dann macht das aber vielleicht richtig richtig spaß für mich persönlich ähm ähm ja für mich ist er gewöhnungsbedürftig muss ich ehrlich sein ich suche ja immer noch ähm hier den markt die auktion und 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 das habe ich jetzt irgendwie alles hier nicht gefunden ähm ich weiß jetzt nicht wann ihr das video seht ich nehm es aber gerade wie gesagt am 4. Dezember auf ähm vor der weihnachtszeit und ich werde das video so schnell wie es geht raushauen natürlich aber es werden auch noch andere server vorstellungsvideos kommen denn ja es macht mir einfach spaß und ich muss ja gucken was es so für server im internet gibt wo ich vielleicht auch später mal meine kinder äh spielen lasse und ja wie gesagt also ich schweife schon wieder vom thema ab der server ist interessant es gibt definitiv verbesserungen ähm zum beispiel das mit den berufen ja auktionshaustechnisch ich habe jetzt nichts gefunden ähm ja npc technisch da gibt es ein viel besseres plugin als so eine armorstand npcs mit dem man interagieren kann und 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 ja aber im groben und ganzen sehr interessanter server sehr nice ähm die baukunst ich will jetzt nicht überheblich klingen aber es gibt besseres äh das ist mir alles zu bunt zu knallig wir gehen jetzt nochmal ganz kurz hoch ähm zum beispiel das dort da oben der komet muss nicht sein diese komischen äh weihnachts adventskringel oder was das ist muss auch nicht sein dass man im hintergrund so ein bisschen was sieht da ein paar häuschen da hinten ist irgendein knast gefängnis keine ahnung da oben ist wieder so wüstenterkotter biome mit ein paar häuschen ok das borngebäude ja wie soll ich sagen das sieht nur so chinesisch japanisch oder hier dieser alte indische baustil aus hier wie nennt man die ägypter genau so ein ägyptischer baustil aus der wüsten gegend interessant mein geschmack trifft es nicht und der see ist komplett eingefroren ok die flamme ja gut kann man auch besser bauen ja also die lobby hier wie gesagt ist gewöhnungsbedürftig und wenn euch das server gefällt die server ip ist in der video beschreibung der link zur internetseite ist in der video beschreibung und ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr euch mehr solche videos wünscht schreibt es mir doch immer einfach in video kommentare denn ich habe noch den ein oder anderen server ähm in petto den ich vorstellen möchte und ja es sind große das ist ein kleines server und ja das war es von mir und vielleicht sehen wir uns irgendwann nochmal auf dem server vielleicht auch nicht keine ahnung ich werde ihn auf jeden fall in meiner ähm server ecke hier behalten der kommt jetzt aber erstmal ganz runter denn den habe ich schon besucht ihr seht es ich habe noch ein paar server und ja gebt den daumen nach oben für den youtube algorithmus lasst kommentare da schreibt mir schreibt mir ob ihr mehr solche videos sehen wollt ähm ansonsten ja freue ich mich aufs nächste video bis dann bleibt entspannt genießt und bye bye hin hin bis hin 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 Untertitelung. BR 2018